Herzlich Willkommen bei Saints Row. Hier ist euer Herr Gamerlogon. Heute machen wir weiter. Neu Auftrag. Schädigste Herausforderung. Meister Herausforderung, um Vorteile zu erhalten, damit du dein Fähigkeiten verbessern kannst. Du R1 die Herausforderung anzuzeigen. Ah, nehme es so, denke ich mal. Beobachte und belüchte. Oh, komische Kombination. Ich hoffe, ich werde ein Haus probieren. Ja, Panteros. Mal ausessen. Oh, schade. Geil. Geil. Aber ich warte ab, wann das fette Update kommt für Saints Row. 200 Bugs werden gefixt. Loft. Fette Zahl. Die hätte ich sicher nicht gedacht. Geil. Ah. Fucking Sand-Strom. Das ist eine Post-Futon. Oh, komm mal. Pfff. Geht's euch auf die Hosen! Hallo, Gwen! Wo ist jeder? Und wenn ich ihn nicht installiert habe, er wird weggekommen. Also, du bist willkommen. Willst du es sein wie ein accident oder ein Statement? Was? Ich glaube, du willst mir den convoy abschneiden. Nein, ich will, du folgst es. So ich kann alle Menschen töten und verbrechen die Stolen Goods. So wir wissen, wo sie gehen. Klar, und dann ich alle Menschen töten und verbrechen die Stolen Goods. Nein! Dann sagst du zurück zu mir, ich komme mit dem Team, und du gehst nach Hause und gehst die Schmerzen, bevor du eine Chance hast. Du denkst, ich kann das nicht tun? Ich denke, du möchtest einen Geld bekommen. Seh' den convoy. Es geht nicht. Typisch Weiber. Typisch Weiber. Hä? Wer beobachte mich eigentlich? Ach ja. Sergio. Er hat eine Ähnlichkeit wie... ...Cubain. Also... ...mischte gerne... ...vom Pusa... ...Muscolusa. Das ist ein J. ...Musscolg. 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 Ja, das ist gut. Wir sind nicht engagiert. Wir sehen uns und sagen. Es sieht aus, dass die Motorcykels zurückkehren. Wahrscheinlich haben wir nur etwas verabschiedet. Wir haben nur etwas verabschiedet, oder? Wir werden nur sie schießen. Sven war sehr klar, dass wir nicht engagieren. Wir haben nichts gemacht. Wir werden nur etwas verabschiedet und sagen, dass sie sterben sind. Alles gut. Nur das mal. Das ist das, was ich liebte. Okay, zurück in der Sette. Hier und raus. Wir sehen uns und zurück. Oh, fuck. Sie haben einen Turret. Wir können immer noch einigen. Wir müssen uns mit ihnen folgen. Wir können uns nicht machen. Nur wenn ihr das rauskommt. Gott, verdammt. Wir sind näher. Was macht ihr? Was ist das? Ich bin der Turret raus! Aus dem Ruf? Nein, aus dem Truck! Komm mich näher! Du bist aus deinem Gehörger! Ich dachte, du sagst, du bist ein Maverick! Ein bisschen, ich sag ein bisschen! Das ist ein bisschen! Das ist ein bisschen! Das ist ein bisschen! Das ist ein bisschen! Was ist das? Das ist ein bisschen! Das ist ein bisschen! Das ist ein bisschen! Das ist ein bisschen! Heads up! Du hast mehr in kommen! Oh, come on! Ich war fast fertig! As long as ich hier bin! Noobie! Warum sehe ich die Feuerwehr auf dem Hintergrund? Wenn? Na ja, es gab Motorcycles, und dann ein Turret, und... eine Sache lede zu einer anderen! Well, das war cool! Du bist nicht verrückt! Du glaubst nicht, dass ich ein Auto senden nach einem Konvoi so großartig wäre? Wenn die Partios angefangen hat... ... haben... ... ... ... ... ... ... und rüber ich dachte, ich habe dich zu retten ehrlich zu Gott, ich versuchte so gut, wenn die Verständnis geht, du hast die Verständnis gewonnen gut, kannst du das in meine Veranstaltungen stellen? oh Gott, der Ruder Jetzt bist du frei. Früher mal habe ich das Lachen von Joker mit dir. Ach, nö. Sergiu ... Schick, Sergiu! Nicht weg! Nicht weg! Motorrad. Versuch's ihn, ich errufe ihn aus unserer Strecke. Oh, das ist ja gut. Die Marschall muss sagen, dass sie nicht aus meinem Geschäft sind. Er ist schützt uns! Er schützt ihn! Er schützt ihn! Du denkst, dass du meinen Schein kannst? Er kommt wieder! Er schützt ihn! Er kommt wieder! Er ist nicht aus dem Sertio! Er kommt wieder! Er kommt wieder! Er kommt wieder! Es wird sich fest! Du denkst, dass dieser Mann das etwas kompensatiert ist? Keine Ahnung. Es dauert mehr als ein Fahrrad zu töten, um zu töten zu töten. Okay, es ist Zeit, endlich rauszuk, was ist das? Sandstorm, wir gehen in! Komm in, Newbie! Gwen? Wir hören dich, wir fallen zurück. Negative, der Drone ist down. Ich brauche... Ich brauche Augen auf diesen Konvoi. Ich gebe dir Field Command. Fuck, wirklich? Mach das, was du musst. Mach das, was du musst. Mach das Liedtrucke, bis es stopt. Dann Radio... J.R., wir holen ihn. Die Kindergarten sind auf. Die Kindergarten sind auf. Die Kindergarten sind auf? Ich kann gar nicht sehen ihn. Die Kindergarten sind auf. Die Kindergarten sind auf. Ich weiß, ich sehe den Hauptkonvoi vor. Ich sehe nur Sand. Ah, der hat Sand. Wir haben ein Problem hier. Sei mehr spezifisch. Der Sand ist schraubend meine Inhalte. Wir verlieren die Speed. Great. Just get me in the Leapfrog range and fall back. That's suicide. I got us this far, didn't I? I don't want to be a Maverick no more. You going up against... Shit, turrets! Those turrets connected by a hitch? Right, that's all. Yes. And tie. Oh, no, I'm going to die. This performance bonus better be huge. Get this asshole off my rig. Huh? Exceeding expectations. Later, Gator. Gwen said to do what I need. Let's dance. Let's dance. Yeah, two in one. Now. So. And... Good. Ah, super. Come here. Really? Zur 10 zum Niederwerfen. Gegner mit Schild-Symbol gelten als C und sind stärker und üblich. Ein C-er Gegner ist immun gegen Niederwürfel, solange das Schild als Symbol aktiv ist. Du wirst das richtig hechtig zurück, ja? Du wirst mich. Ich werde Sergio deine Kopf ausziehen. Du wirst ihn weg. Ja sicher, lebst du noch? Guck nach oben! Ja, guck nach oben heißt guck nach oben. Hey Gwyn, I followed the convoy, it stopped. Mal sehen, mal sehen, was hink ist da drin? You did good. Holy shit, a compliment. Yeah, yeah, stay here. Bitte nicht zur Seite, warum sollte ich? WG Vereinbarung. Die Vereinbarung geht nicht zur Seite. Newbie, get over here! Bitte besprechen. Now! Mit Wegen. Gwen says you were responsible for retrieving the Hummingbird Codex. If there was something in the truck, then yes. Impressive work. I wouldn't have been able to do it without JR, sir. Teamplayer, I like that. There's someone I'd like you to meet. This is Dr. Antonio Espina. He's the chief curator for the Museum of Santo Aliso. It's nice to meet you, sir. The retrieval of these relics is no small feat. The museum is in Marshall's dead. Just doing my job, sir. Antonio's museum has a contract with Marshall. And he requested you to be in charge of security. What? Gwen's filled me in on your eccentricities. But the results speak for themselves. Sir, it's my second day. Sounds like someone wants to talk themselves out of a promotion. No, no. I want the job. I'm just surprised. Things change fast here at Marshall. So, can Antonio and I count on you or not? Yes, sir. Hmm. So fast. 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 Das war's für heute. 14 Vorteile. Taxische Training. Du bewegst dich schnell, wenn du in der Hocke bist und den Zielmodus verwendest. Fertigkeiten. Ananas Express. Schnappt dir einen Gegner, steckt ihm eine Granate in die Hose und wirft ihn. Ein passender Name für einen menschlichen Granatenwurf. Ananas Express. Ah. Style. Genich, 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 genich. Cabo Rootman aus San Teresio. Ober. Rollkragenpulli. Einsatz. Ah. Denk ich meinst ja. Mit dem Kosmetik. San. Verkleidung bis Fahrzeuge und Waffen. Rucksack Einsatz. Trainingsanzug. Saints glänzt. Windschutz. Exhalida. Unterwäsche. Techtop. Taumosa. . Okay, schiefe Cowboy Cowboy Man aus St.Alysio Okay Sieht so komisch aus Herzkörper Chicken Nerd Okay Unterkörper Jeans Slim Fit Koppelschnalle Hose Cargo Einsatz Jeans Dunkle Waschung Ja Hmm Ich bin Koppelschnalle ordst é Wir going to Koppelsch Ex W Oh, not too far. Oh, not too far. Oh, not too far. So, sage ich noch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, ein Like und einen Kommentar zu hinterlassen. Euer Herr Gamerlogo.